Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier vom Craft-Attack-Server. Ich befinde mich heute hier vorm Craft-Attack-Tower, denn wir möchten heute unsere rosa-rote Etage bei Krokos Turm bauen. Bevor wir das machen, ist aber einiges passiert und ich würde sagen, wir schalten jetzt einmal kurz zum lieben Josef, der uns sein Weihnachtsstück am Tannebaum zeigt, was wir ja beim letzten Mal beauftragt haben. Drei, zwei, eins. Auch hat der Josef bei sich in der Basis ein sehr, sehr cooles Villager-Trading-System gebaut. Auch das wollte der Josef uns unbedingt zeigen und ich muss sagen, das war wirklich cool. Du kannst dein Inventar hier oben in die Kiste ablegen, weil du quasi, ne, kannst alles rein dumpfen in die Kiste, dann kannst du so eine rohe Sticks craften, du kannst dann hier die Sticks zu Emeralds traden und kannst hier dann Redstone traden und immer, wenn du getradet hast, einmal auf den Notenblock drücken, dann fährt der Typ weg und ein neuer Typ kommt. Also ich kann dir nur den Tipp geben, dass du die alle mal zombifizierst. Ja, aber das hält nicht lange an, habe ich das Gefühl, nach einer Zeit, also mir haben sich alle Zombifizierungen gelöscht. Okay, also ist das jetzt hier die ultimative Handelsmaschine von Emeralds zu Redstone? Ja. Okay, und was ist jetzt die Technik hier hinter? Die Idee war einfach, die Villager müssen halt wieder an die gleichen Positionen kommen, wo sie herkamen. Wenn du mal stehen bleibst, schau, auf der anderen Seite. Oh, warte mal, ich gehe mal lieber hier runter. Genau, auf der anderen Seite kannst du gucken, ich schicke nur die los. Du siehst quasi immer, der Villager kehrt an die Position zurück, wo er herkam. Okay. Damit findet er automatisch zu seinem Block wieder zurück. Und du cyklst die jetzt einfach nur in der Reihenfolge durch? Genau, wenn ich beim letzten angekommen bin, gibt es eine Besonderheit. Siehst du, war das der letzte? Ja, ne? Ja, das war der letzte. Wenn ich jetzt den letzten losschicke, wird kurz gewartet, bis er wieder eingefahren ist und dann wird der erste losgeschickt, sodass quasi die Positionen nie durcheinander kommen. Bevor wir gleich mit dem Bau des Craft-Detect-Turms beginnen, möchte ich aber noch einmal auf mein Konto bei der Börse gucken. Denn letzte Woche Sonntag, also dann vor einer Woche, wenn das Video aufgenommen wurde, haben wir das letzte Mal reingeschaut und ich würde gerne mal sehen, wie viele Diamanten wir mit der Börse verdient haben. Da sind wir schon bei der Dividendenauszahlung und jetzt muss ich mal hier meine Aktien reinlegen. Ich hoffe, dass man die nicht einzeln anlegen musste. Schauen wir mal. Ja. Josef, wo ist mein Geld? Lieber Techniker, ich brauche doch nur meine Dias, die ich mir reichlich verdient habe, weil aufgefüllt habe ich was. Und ich bekomme jetzt ein paar Dias, sogar ein paar mehr. Ja, das lohnt sich doch, würde ich sagen. Wie viele sind denn das? Wie viel wurde denn bitte hier verkauft? Weil ich glaube, so viele Sachen habe ich nicht verkauft. 32 Stück für zwei Anteile, finde ich gut, nehme ich gerne mit. Ich glaube, die Börse lohnt sich auf jeden Fall. Die Regeln vom Craft-Detect-Turm sind eigentlich relativ simpel. Und zwar soll der Turm 8 Blöcke hoch, 16 Blöcke breit und 16 Blöcke tief werden. Das heißt, wir haben eine 16x16x8 große Fläche, die wir hier bebauen dürfen. Und die muss direkt an die obere Etage anschließen. Ich glaube, die letzte Etage, wenn ich mich nicht vertue, hatte der Spark gebaut. Hier unten drunter hatte der Josef seine Etage gebaut. Und noch weiter unten, auch wenn ich mal sehe, wo es hier runter geht, befindet sich das C-Prime-Headquarter. Genau diese Regeln müssen wir beachten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie eine Treppe bauen, die zur nächsten Etage führt. Oder einen Wasserfahrstuhl. Ansonsten sind wir eigentlich relativ frei unterwegs und dürfen, das haben nicht alle anderen gemacht, auch noch RK, also Balkone und Einbuchtungen bauen, die eventuell rein- oder rausragen. Zum Beispiel hier können wir uns mal anschauen. Bei C-Prime sieht man das wunderbar. Denn dort ist es so, dass hier entsprechend noch ein Balkon rausragt. Da viele, viele Farben hier schon benutzt wurden und ich selber ja noch nicht so die typische Base-Farbe habe, habe ich mich dafür entschieden, dass wir jetzt hier ein pinkes Wunderland machen, weil ich ja auch schon so schöne, pinke Schalkerboxen habe, um natürlich auch nochmal ein bisschen Farbe mit reinzubekommen. Was mir persönlich an den anderen Etagen nicht ganz so gut gefällt. Jetzt haben wir hier die vom geilen Nachtsmann gekriegt. Mann, Basti, die hast du dir verdient. Wir waren doch artig gewesen. Jetzt schmeißen wir sie einfach mal runter. Genau, was wir jetzt machen wollen, ist hier ein bisschen was einzuziehen. Ich habe mir dafür schon ein bisschen Quarz geholt. Es soll, wie gesagt, pink-weiß werden vom Stil her. Und mein Plan ist es jetzt erstmal hier so kleine Einbuchtungen zu machen, damit wir hier zumindest von der Optik ein bisschen Abwechslung reinkriegen im Vergleich zu dem, was die anderen gebaut haben. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wo ist es hier, die Quarzpillers? Und wir versuchen jetzt mal hier ein cooles Design hinzubekommen. Mein erster Plan ist jetzt erstmal, wie gesagt, die Etage einen Block überall nach innen zu rücken. Oh Mann, Leute, das kostet so viel Quarz, der ganze Bau. Ich muss jetzt hier was nachkaufen. Das geht mir sonst hier schon wirklich auf die Nerven. Komm, Quarz, komm mal schön mit. Zack, jetzt haben wir hier ein bisschen was gekauft. Und jetzt geht es zurück zu unserem pinken Wunder. Wir sehen es da oben. Ich würde sagen, die Etage sticht auf jeden Fall ein wenig heraus, wenn ich das mal so sagen darf. Leider immer noch am Regnen und hier oben sogar am Schneien. Und ich denke, mit dem pinken Farbton haben wir das schon ganz gut getroffen. Ich bin mir noch ganz recht unsicher, warum diese Etage überhaupt so pink ist. Die Zuschauer im Livestream haben mich dazu bewegt, das Ganze so zu bauen. Ich bin noch nicht sicher, ob das hier die Barbie- oder die Hello Kitty-Etage ist. Das könnt ihr mich gerne mal wissen lassen in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was da euch einfällt. Ich denke aber, das Äußere steht soweit. Und jetzt können wir uns gleich mal um die Inneneinrichtung und den Fahrstuhl kümmern. Und möglichst hier zu schauen, dass wir hier wirklich eine sehr schicke, pinke, äh, ja, sehr feminine Etage bauen. Der Sebo hat auch einfach angefangen, über uns zu bauen. Wir sind aber vom Äußeren auch fertig. Ich finde, das sah richtig cool aus, wie es jetzt aussieht. Echt sehr, sehr pink, muss man sagen. Ich glaube, gefühlt würde ich hieraus tatsächlich so eine Hello Kitty-Etage machen. Oder Barbie? Ich bin noch nicht ganz sicher. Was jetzt hier drin geschehen ist, ist, dass wir hier einmal den Ausgang gemacht haben. Das ist ja eine weitere Bedingung, die vom Kroko mit hinzugekommen ist. Und wir haben jetzt hier, da unten den Eingang, hier den Ausgang und hier unser pinkes Wunderland. Wir wollen das jetzt hier möglichst, äh, feminin machen. Zumindest, wenn man in Stereotypen denkt. Und dafür soll jetzt hier nur ein Whirlpool hin. Den muss ich jetzt mal hier reinbauen. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, wie wir das genau machen sollten. Machen sollen, wollen, sollen, können. Gut, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen Quarz jetzt hier reinschmeißen. Noch ein bisschen was an Treppen machen. Und die legen wir jetzt einfach mal hier mit so rum. Das Problem ist, ich muss sie so setzen, damit wir hier die Farbe rausnehmen. Und dann können wir, glaube ich, am besten es fast so machen, dass wir hier die Umrandung vom Whirlpool so ein bisschen 3D-Effekt mäßig reinziehen. Wir könnten es, oder wir machen es jetzt einfach mal, sogar noch mal ein bisschen runder. Ja, ich glaube, so ist besser. So sieht das ein bisschen typischer wie bei so einem Whirlpool aus. Und an der einen Seite mache ich gleich eine Leiter, dass man hier in den Pool reinsteigen kann. Wenn wir das haben, muss ich noch mal überlegen, wie wir nach oben gehen. Mein Plan war, dass wir hier, zack, zack, noch eine weitere Etage mit reinziehen. Damit man hier oben drüber das gemütliche Kuschelbett mit einem flauschigen Kuschelteppich drunter hat. Das muss ich noch mal schauen, wie wir das gleich machen. Aber hier unten muss auch noch irgendwas dran. Ich werde mal schauen, dass wir hier Bänke machen. Schöne bunte Farben, also nicht bunt, sondern pinke Blumen, die hier mit reingehören. Und ganz, ganz viel Zeug, was man sich so gut in einer pinken Wunderwelt vorstellen kann. Und damit mache ich jetzt erstmal hier fleißig weiter. Da ist der Whirlpool wohl gerade leider übergeflossen und hat hier tatsächlich den ganzen Boden geflutet. Gar nicht gut, aber nun ja, Whirlpool bauen ist immer tricky. So, hier, da ist der Whirlpool-Effekt. Ihr seht, es ist super entspannt, hier drinnen zu sitzen. Die Füße kann man hier reinsetzen. Man kann sich hier schön abchillen und sich hier durchblubbern lassen. Dies ist sehr gut, so soll das sein. Der Whirlpool steht also. Was wir jetzt machen müssen, ist die obere Etage. Wie genau ich die baue, da habe ich noch überhaupt keinen Plan von. Vor allem, wie man da hochkommt. Eventuell machen wir das hier über die Seite, muss ich gleich mal schauen, oder eine Treppelwende, die da an der Seite hochgeht. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den oberen Etagen und dann können wir hier die weiteren anderen Kleinigkeiten an den Seiten mit einziehen. Die Etage ist von innen soweit fertig, zumindest im Grundlayout. Jetzt fehlt die Deko. Ihr seht, wir haben noch eine zweite Etage mit reingenommen und ich habe hier noch so eine kleine Eckcouch gemacht. Hier vorne führt eine kleine Treppelwende die Treppe hoch, dass wir bei der oberen Etage ankommen. Und hier soll gleich ein flauschiges, kuscheliges Bett entstehen. Das ist zumindest der Plan und ich habe dafür mir schon mal einen flauschigen Teppich mitgebracht. Und zwar kennt ihr das doch hier. Oh, so einen schönen Kuschelteppich. Hier vorne wird mein Bett hinkommen, das muss ich nochmal schauen, dass wir das hier gleich noch ein bisschen einbauen. Aber hier sollte ein schöner Teppich hin. Warum der hier jetzt kaputt geht, ja, das weiß ich natürlich. Ähm, das sieht nicht ganz so schön aus, wie ich mir das gedacht habe. Aber hier hätte natürlich Wasser hingemusst, damit der Teppich hier so schön pink bestehen bleibt. Tja, wie wir das machen, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen dann doch lieber einen klassischen Teppich, bevor wir die toten Büsche hier bestehen lassen. Und setzen hier mal ringsherum ein bisschen Teppich mit rein. Und ziehen gleich hier und da natürlich noch die nächsten Etagen mit ein. Beziehungsweise die Betten auf dieser Etage mit ein. Und damit ist die pinke Etage so gut wie fertig. Wir schauen uns das jetzt nochmal aus der Luft an. Gefällt mir optisch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Auch wenn pink natürlich Geschmackssache ist. Ich denke aber für eine Hello Kitty oder Barbie Basis, lasst mich es, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, ist das ganz gut. Und von der Optik und von der Struktur ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, eine mit der besseren Etagen, oder? Was meint ihr? Die anderen sind ein bisschen flach manchmal. Klar, hier passt das. Die anderen sind fast zu langweilig. Ich glaube, da ist das pinke Teil, was hier gebaut wird, schon eine herausragende Sache, die wir hier gebaut haben. Die letzte Kleinigkeit fehlt, genauso wie die kleine Rundtour. Ihr seht, wir haben jetzt hier wirklich viel pink mit am Start. Schön viele kleine Duftsprays mit reingebaut. Die jetzt hier vor der Decke ihren Geruch verteilen. Und hier haben wir jetzt auch noch ein paar andere schöne Sachen mit dabei. Der Whirlpool läuft. Wir haben jetzt die Sachen, die wir hier hatten, die Korallen mit hier reingesetzt. Und jetzt dürfen natürlich hier die romantische Stimmung, die Duftkerzen dürfen nicht fehlen. Deswegen setzen wir die jetzt hier einfach mal mit an den Rand. Zack, das sieht gut aus. Und auch oben, da darf auch die romantische Stimmung nicht fehlen, auch hier ein paar schöne Kerzen anzünden. Das sieht doch direkt viel, viel, viel besser aus, muss man sagen, oder nicht? Also, sehr schicke Etage. Wenn euch noch was einfällt, was wir hier noch mit reinbauen wollen, dann lasst es mich gerne wissen. Jetzt müssen wir nochmal ganz schnell zurück zum Geheimlabor bei mir. Weil dort hat der Josef wohl irgendeinen Prank gemacht, den ich glaube ich nicht ganz so lustig finden werde, wenn ich das irgendwie richtig verstehe. Komm, die letzten Kerzen auch noch mit dir hin. Und dann ist hier unsere Etage im Craft Attack Tower fertig. Da sind wir schon. Und der Josef hat mich vorgewahrt. Hier soll irgendwas sein. Und man kann's hören. Mein schönes Geheimlabor. Und hier hat der Josef irgendwas gemacht. Und es ist irgendwo hier drunter, würde ich mal sagen. Mit Obsidian eingebaut. Das habe ich nämlich auf jeden Fall nicht gemacht. Mit noch mehr Obsidian eingebaut. Josef. So einfach. Den Glockenmeister mit so einer Kleinigkeit. Das ist mein Prank, den ich immer mache. Mit so einer Kleinigkeit willst du den hier schon den letzten Nerv kosten. Hier ist ja noch nichts passiert. Mann, 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 Mann. Ich glaube da, da musst du dich nur mal mit wem anders anlegen, lieber Josef. Das war ja, ich glaube der langweiligste Prank, den ich seit langer Zeit gehört habe. Im Whirlpool leiten wir das Ende der Folge ein. Legen uns ganz entspannt zurück nach einem harten Arbeitstag. Nach einem fehlgeschlagenen Prank von Josef. Ich glaube, wir haben uns das reichlich verdient. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mich das gerne wissen. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr weiter. Lasst ein Like da oder schaut eins von meinen anderen Videos. Und damit habt ihr mir dann auch sehr weiter geholfen. Ansonsten bedankeh mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen. Und sag bis bald zur nächsten Folge. Ciao Leute. Ciao Leute.